Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Grace SF. Lustige Geschichte. Ich will aufnehmen, mein Aufnahmeprogramm aber nicht. Ja, was bedeutet das für mich? Ich habe schon Start gedrückt, die Szene wurde schon abgespielt, ich habe dazwischen nicht gespeichert. Und ja, was bedeutet für mich, ich muss den ganzen Barona Katakomben nochmal machen und nochmal gegen den Boss kämpfen und nochmal bis zu dieser Szene erwarten. Ja, das habe ich natürlich nicht umvorbereitet gemacht, ich habe zwischendurch noch ein bisschen trainiert. Jeder hat bis maximal Level 11, minimal Level 9 gelevelt. Hubert hat all seine Titel gemeistert, Espel und Sophie haben, glaube ich, jeweils einen Titel gemeistert. Und der Boss war jetzt nicht mehr so schwer, also ja, für den Schwierigkeitsgrad da musste ein bisschen Training dran. So, aber genug geredet, weiter mit der Szene. Ja, ich habe extra vor diesen Satz, noch Start gerückt. Ja, was passiert hier? Ich werde dich zerstören, Sophie. Ist ja zerstört. meine anime in der anime version sieht so hübsch aus ehrlich gesagt so schön back when we fell off the cliff I understand the reason why you are happy Sophie 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 No Please No 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 hat wieder voll leise schiria und hubert sind und wir sind gut was ist sofie? was hat sie passiert? sie ist... totale sofie ist totale? woher wollen die das wissen? du wünschst du für die Menschen responsibel? beginne mit dir selbst. beginne mit deiner Attitüte und bebebe deinen Vater. become a proper lord and dedicate your service to the memory of that poor girl. hallo? ist das wie ich... ich nehme die Verantwortung für sofie? ich... ich muss mich auf jeden Fall entschuldigen. schiria war ziemlich nervös über dich. ich sage dir, dass du sie vorst. was über hubert? du wirst nicht wieder sehen hubert sehen. was? was meinst du? ich dachte, du sagst, er war okay. hubert hat von der oswell-familie aus strata er hat... er hat... er hat... die oswell-familie? warte... was meinst du? was meinst du adoptiert? ich meine genau das, was ich sagte. er ist hubert oswell jetzt. du bist verrückt? nein! ich verabschiede das! das war eine sehr schwierige Entscheidung, asbel. ich hoffe, du kannst das apprechieren. das ist so wie du! du sagst mir nicht deinen planen, du fragst mir nicht meine opinion. du sagst, was du willst und weißt, dass jeder sich zusammen spielen kann. er ist der fürst von diesem land also. Asbel, ich werde nicht mit mir sprechen. ich bin fertig, dad. ich bin fertig zu hören. dann, welchen kursen Sie planst du aufzunehmen? ich... ich werde nicht der nächste lord von Lott. Entschuldigung? ich habe gesagt, ich werde nicht der lord. ich werde in der night academy trainieren. ich werde sehr stark genug, um alle zu schützen. ich werde immer niemand erzählen, um alle! ich werde nicht mehr zu schützen. ich werde nicht mehr zu schützen! ich werde nicht mehr mit dem Lott. du schüttest, was passiert? du kommst nicht zu schützen? ich lass mich so schnauern. ich komme zu schlauern. ich werde weg... ich werde hier. Die Nacht, die stärkste Nacht, die jemals leben! Nein, nicht weg! Bitte nicht weg! Ich weiß, dass Sophie und Hubert sind weg, aber ich bin noch hier. Ich nehme ihren Platz! Ich... Ich werde niemals verlassen. Sie nehmen ihren Platz? Also, du bist mein kleiner Bruder, anst du Hubert? Du hast die Gefühle von Sophie, selbst wenn sie tot ist? Du verstehst du das? Hubert ist weg! Und wir werden niemals wiedersehen, niemals! Das ist nicht... Ich... Ich bin sorry. Ich bin... Ich bin sorry! Ich bin... Ich bin sorry! Ich habe das nicht gesagt! Ich habe das nicht gesagt! Ich habe das nicht gesagt! Ich bin sorry, Sherry. Ich bin einfach... Ich bin schuldig. Aber es ist nicht deine Schuld. Es ist alles meine Schuld. Das bedeutet, dass du bleiben? Ja. Ich werde dir helfen, Asbel. Ich werde helfen, wie ich kann. Sherry. Ich bin, als würde ich meinen Schaden? Ich bin sorry. Ich weiß, ich sagte, ich würde dich bleiben. Aber ich kann nicht mehr Zeit mit solange zu sein. Ich habe mich auf meinem Vater zu bekommen. Wenn ich zu Hause bin, darf ich nichts mehr als mitsambleiblen. Ich werde mich nicht stärker zu sein. Ich muss mich zu versuchten, um schrafen zu sein zu dürfen. Also, das ist, weshalb ich weggehe. Sorry, Sheria. Hey, ähm, Entschuldigung. Mein Name ist Asbel Vaughn. Ist jemand da drin? Ich bin hier, um in der Akademie zu erlösen. Ich werde nicht diesen Ort verlassen, damit die Leben in der Zeit kommen. Und inoffiziell das Kinder- oder das Children-Arc, oder Childhood-Arc, wie auch immer, abgeschlossen. Ja, ihr könnt euch auch mal angucken. Asbel Level 10, Asbel Level 6. Da hat sich einiges getan. Dann, ja, ich werde dann mal hier speichern und werde diesen Part hier schon mal beenden. Auch wenn das ein bisschen kurzes 10 Minuten, beinahe 11. Ja, aber, naja, das kommt dann so hier von dem Ende des Arcs komplett hier so gut rüber. Na, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Und man sieht sich, wenn wir groß sind. Beziehungsweise, ich bin groß, ja. Das war nicht körperlich groß, aber ich bin groß, ja. Als Maul. Ja, tschüss. Bye, bye. Bis zum nächsten Part.